so kommen wir mit wir machen das noch mal den raum aber schnell noch die neuen raum keine arme keine kekse ich sie kurz ein spaß community keine arme keine kekse wir müssen hier unten bei dem feld noch mal die generatoren sind nein ich habe ich habe hier stromkabel ich werde einfach nicht anschließen ich habe gesagt warte der rind rein du brauchst du noch von diesen komischen basic kapazität welche oder bestimmt nicht wirklich keine arme keine kekse ja keine arme kann ich nicht schaden wir können jetzt war noch ja schließlich mal durch die keine keine wind force obsidian kaputt man nichts zerstören hier richtig du warst das offensichtlich stand gerade im buch drin ist mir in der schiff das konzern also rechts an nichts auf man hier normale wände aber keine richtigen größe wird aufmachen ja sowas eigentlich nicht schon extra bei bei dem buch schön freudig warum krieg ich das heute nicht kaputt mit der scheiß axt hat das bestimmt so eine scheiß headshot hast du axt mit guck mal in dem einen raum darf ich ja weil in dem einen raum ganze zombies rauskommen dass man da wieder da sind bin da nicht mehr ich bin ganz weit runtergefallen gerade ja weil du da unten runtergegraben hast ne nein ich hab nicht runtergegraben ich sehe da in dem fall hast du runtergegraben ich hab da nicht runtergegraben da kann man runterfallen quatsch hast du runtergegraben du bist auch da gefallen du cheater ich weiß dass was da ist mein gott sie das doch keine ahnung ah Ich glaube, mehr Herzen kann man eh nicht bekommen, was geht? Hm? Ich bin da hochgeklettert und kam da nicht mehr raus, deswegen. Weeeeee! Bist du leider runtergegangen hier die Kleine, bei den Enderman? Ne, ich bin runtergefallen, gerade wenn du gerade aus weiter gehst eigentlich. Ach, hier ist ein Hund. Bauen wir mal wieder die Viecher, ey. Ja, mit. Bist du da unten? Spring mal. Achso, sehe dich schon. Na, dann spring runter. Ich wollte das mal kaputt machen. Ich wollte das mal kaputt machen. Ja, Zombie nirgendwo. Ich werde das mal mit Kaktin kaputt machen. Nein, ich mach nichts kaputt. Wow! Leco Mio, stimmt, ich hab keine Rüstung mehr. Ich hab grad gestorben oder was? Ne. So. Ich hab die orange Lampe gefunden. Oh ho ho ho, ho ho ho. Hatten? Ja. Wie immer mehr Zombies vorhanden, ne? Schöchst du nicht? Komm nach und nach immer wieder weg. Viel zu viele haben. Oh, hier neben ist noch ein Gang, ne? Magma Gang, ne? Also ein Leather Gang. Nice, nice, baby. Da, 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 da. Und, und? Da waren hier ganz schön viele. Okay. Oh, back to win. Zombies wieder fertig. Ja, warum auch? Nur noch zwei Lampen. Wie kann ich da für Hosen? Braucht Kopf, brauche ich nicht, brauche ein Brustteil. Was ist hier mit der Dark Plate und sowas hier drin, ne? Kann ich die nehmen, oder was? Ich nehme doch. Okay. Oh, ne fettigose Läume. Die letzte. Nefft mich. Was hast du gemacht? Ist ja noch ein Moment da. Genni woher. So. 60 level so unten im wasser mit dem ding runter fällst das ist nun die ganzen magma-slimen sind gerade bringt mir doch nicht da rein ich schätze drecks viecher die schon mal weiter keine ahnung wohin irgendwo bin ich gerade lang gekommen in der tür gerade auch wahrscheinlich ach du scheiße gift spinnen ich bin ein voller neid doch die anzeige ich anzeige weißt du wiser ja die ist aber schon eine ganze zeit hier noch habe ich gar nicht mitbekommen die über siehst du doch schon die ganze zeit ich bin ähm kämpfen immer zu sehr so mal gucken wo es da oben hingeht im spaßraum ach da hier bist du ah fuck ich muss mal regenerieren ey sehr viel mit den spinnen ich merke das aber manche gegner greifen auch gar nicht an ne nicht ich bin ja das war in den vor den knall nicht ich bin bin ich bin ein spanner bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ach, dieses Leibblues hier. Boah, geht her nicht. Nervig, ne? Das ist vorliegende Neidwichser. Na, sind wir gelootet? Ja, hab ich. Gab's mir was Schönes drin? Ne Ohr. Zack ey. Da waren immer nur Ohr drin. Ja, glaub mir drauf. Da spinn ich. Oh, ich bin gleich tot! Ich hab's nicht gesehen! Nein! Ja, musst du doch achten, besonders bei sowas hier. Ach, scheiß drauf. Da ist noch ein Spawner hier vorne in der Ecke links. Oh mein Gott. Oh mein... Boah, der Spawner ist ja sowieso immer gestorben. Ja, einer ist noch da ganz links auf der Ecke. Da hab ich zwei... Ja, ich weiß nicht. Ich würde hier grad in die Ecke gehen direkt. Often, bis ich...